Was ist mein Zuhause? Was bedeutet es, das zu verkaufen? Wo möchte ich leben? Wo werde ich investieren? Wer sagt mir ehrlich, wie ich mit meinem Vermögen umgehe? Wo finde ich Sicherheit, wenn die Dinge sich ändern? Was macht den Wert meiner Immobilie aus? Wer versteht, was ein Zuhause ist? Warum die Menschen sich hier bei uns wohlfühlen? Das ist natürlich eine Frage der Perspektive, der Lebensqualität oder persönlichen Zielen. Die Volksbank Immobilien. Wir analysieren, beraten und begleiten ganzheitlich. Machen uns gemeinsam mit Ihnen auf den Weg. Eine erste realistische, marktgerechte Beurteilung inklusive aller Risiken steht dabei am Anfang. Denn Unwissenheit oder kleine Fehler können bei Immobiliengeschäften oft sehr teuer werden. Unser Ziel ist die für Sie optimale Lösung, nicht der schnelle Abschluss. Basis dafür sind fundiert ausgebildete Mitarbeiter mit der Verlässlichkeit unserer genossenschaftlichen Bank. Und? Als Immobilienberater vertreten wir Sie nicht nur beim Kauf oder Verkauf exklusiv. Warum nicht mehr aus einer Immobilie machen? Wir erkennen Ihre Perspektiven, sind auch Grundstücksentwickler für Sie, schaffen Werte. Und wir schaffen Kontakte. Aushänge im flächendeckenden Volksbank-Filialnetz und an außen in allen bekannten Portalen sind ein Weg, Ihre Immobilie zu vermarkten. Das Netzwerk unserer genossenschaftlichen Bankmitarbeiter ist der andere. Denn wer hat mehr gute Kontakte als eine genossenschaftliche Bank? Wir kennen mögliche Interessenten schon. Das schafft mehr Möglichkeiten und mehr Sicherheit. Als Bank können wir verlässlich sagen, ob ein Geschäftspartner wirklich seriös ist. Immobilien brauchen Sicherheit. Wir begleiten Sie im gesamten Prozess. Selbstverständlich bis zum notariellen Vertrag. Und auch nach der Übergabe sind wir für Sie da. Als Tochtergesellschaft der beiden Volksbanken Ruhrmitte und Rhein-Ruhr erstreckt sich unser Geschäftsgebiet von Recklinghausen bis runter nach Reitingen. Unsere langjährigen Mitarbeiter sind lokal verbunden, gut ausgebildet und kennen die Region. Aufgrund der langen Bindung und intensiven Bindung mit unseren Kunden haben wir einen sehr guten Einblick, welche Wünsche da sind, welche Ziele verfolgt werden und wie wir sie am besten auf diesem Wege begleiten können. Durch eine gute Zusammenarbeit und enge Vernetzung der Volksbank Immobilien GmbH mit der Volksbank selbst können wir gewährleisten, dass unser Kunde alles aus einer Hand bekommt, dass er immer wieder auch die gleichen Ansprechpartner seines Vertrauens hat. Ein weiterer Baustein sind unsere Mallorca Immobilien. Zum Auslandsgeschäft gehört viel Vertrauen. Vertrauen bieten wir unseren Kunden. Das sind wir, das leben wir. Wir sind Ihr Immobilienberater vor Ort. Wir kennen die regionalen Bedingungen für eine sichere Abwicklung. Über Regional diskutieren wir in unserem Immobilienforum Zukunftstrends und Entwicklungen im Baurecht. Gebündeltes Wissen im NRW-Verbund der Volksbank Immobilien, von dem Sie profitieren. Mehrere hundert Geschäftsstellen, tausende Mitarbeiter mit riesigem Interessentennetzwerk, Menschen mit Leidenschaft für Immobilien, die Sie als Vermögenswerte verstehen. Sie leben NRW-weit die Begeisterung und Werte unserer genossenschaftlichen Idee. Setzen Sie auf den richtigen Partner. Wir möchten, dass Sie uns weiterempfehlen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!